Hallo liebe Schüler, es kann sein, dass euer Lehrer sagt, ihr müsst eine Aufgabe abgeben, ihr müsst etwas schreiben oder ihr müsst ein Dokument irgendwo hochladen. Dann ist das eine Aufgabe mit Abgabe. Wie das funktioniert, wie ihr das bei mewes macht, das werde ich euch jetzt zeigen. Man erkennt das hier an dem Symbol, diese Dokument und die Hand darunter. Wenn er da draufklickt, dann könnt ihr eine Aufgabe mit Abgabe abgeben. Ich habe schon gerade vorher eine Texteingabe hochgeladen. Wenn ich aber eine neue Abgabe machen will oder die alte bearbeiten will, dann gehe ich hier rein. Hier habe ich jetzt was reingeschrieben, das war irgendwie zu wenig. Ich schreibe etwas Neues hinein und da kann ich dann meine Textaufgabe bewältigen. Oder wenn ich eine Datei abgeben muss, dann klicke ich hier auf diesen Pfeil, dann öffnet sich dieses Fenster und da erscheint dann weiter oben der Button Browse. Und Browse heißt nichts anderes, ich kann mir meine Datei von meinem PC holen. Hier einfügen und hochladen. Und wenn ich dann meine Abgabe gemacht habe, Text oder Dateiabgabe, gehe ich auf Änderungen sichern. Bei Texteingabe kann ich natürlich hier noch fett, farbig, bunt machen. Übertreibt es nicht, macht es so, wie es am sinnvollsten ist. Theoretisch kann man da auch ein Bild einfügen. Änderungen sichern und fertig ist meine Aufgabe. Hier steht dann auch noch, was ihr schon abgegeben habt. Da könnt ihr dann auf Sicher gehen oder auf Aufgabe bearbeiten gehen und könnt das Ganze nochmal ändern. Und wenn ihr Fragen habt, dann geht ihr auf Forum zum Austausch, hier unten dran. Dann könnt ihr ein neues Thema hinzufügen, eine Frage stellen und dann sehen das alle. Und wenn ihr wieder zurückkommen wollt, geht ihr wieder in 6c oder in eure Klasse Homeoffice. Und jetzt steht hier das Forum und eure Abgabe, die ihr abgegeben habt. Tschüss.